Und da sind wir wieder zurück zu Tales of Hesperia und äh, ja, im Satz Tores stehen viele Häuser, okay, ich noch nie gesehen hab, da war ich einfach noch nie. So, wir bringen Estelize jetzt dahin, wo sie hin möchte. Ist die Frage, muss ich aus der anderen Seite raus, oder? Okay, dann, dann, also Richtung Unterstadt, hat er ja auch gesagt, aber ich wusste jetzt nicht, ob vielleicht der Weg irgendwie zwischendurch nochmal abzweigt oder so, wo wir da hin müssen. Die Dreische, bitte? Ja, okay. Die Dreische, bitte? Wo sind Sie? Ich habe eine Veranstaltung in den Kastel und hatte die größte Zeit da. Von all den... und wer ist die junge Frau? Ich bin froh, dich zu treffen. Ich bin Esteliz. Das Freude ist alles meine, Frau. Eher wichtig, über diese Imperial-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night-Night. Wir gehen hier. Also, du hast ihn wirklich geschafft, oder? Es sieht so aus. Hat Rapide noch zurückgebracht? Ich habe sicher, und er hat eine Kugel. Was hat mit dem? Du solltest in deinem Raum sein. Geh es später. Gib es einen Schrauch. Es hat ein schönes Jingle. Mordio hat es auch. Du kennst, Herr Mordio? Ja, aber der Rat hat die Stadt verlassen. Er ist jemand wichtig, aus einer Stadt wie Ospio. Er hat die Stadt verlassen? Dann bedeutet das, dass wir die Hütung haben. Ich glaube so. Das Haus war leer. Und ich glaube, er ist sogar ein wirklicher Knobel. Ich sehe. Davor kriegt man aber Dünnpfiff. Das Spiel ist so cool. Und die Nights werden nicht helfen. Ich glaube, ich werde es zurückziehen. Ich glaube, ich werde es zurückziehen. Du wirst nicht nachzudenken Mordio über die Barriere gehen, oder? Es geht nicht. Ich werde zurück, bevor du es wissen. Wer hat Angst? Es ist eine gute Möglichkeit für dich. Es gibt keine Chance für dich zurück. Das ist aber nicht nett. Auch Flynn hat gesagt. Ich weiß nicht, wie lange Uri planiert auf das Leben leben. Flynn muss lernen, um seine eigene Geschäft zu machen. Ich weiß nicht. Uri, Lowell. Du hast mir zwei Lacken gegeben. Jetzt bin ich ein guter Junge. Und schau dich in. Das ist unser Kuss. Ich glaube, ich werde hier nicht zurückkommen. Ich bin nach hierudärain. Ich werde dir nicht anders alvallig sein. Du hast mir immer keine Nase geht. Ich mache es mit euch, um dein Geld zurückzukommen. Und sonst hinterher не zacktackst. Ich werde dich einen Leuten auskennen. Ich werde mich jetzt wieder anstreben. Und immer wenn du die Böden bist. Du bist doch nicht wegnehmen, oder? Du bist doch nicht wash, oder? Du hast mir ein Angst gemacht. Du hast mir vorst. Für mich. Es war schön, dich zu treffen, Sir. Ja, du hast wahrscheinlich ziemlich eine Bede in der Nacken. Du hast sicher, dass du dich vorst. Ich werde, danke dir. Ahtaki! Das ist die Wahrheit! Fools! Sie sind in meinem Weg! Nicht interferieren in den Waffen des Empires! Nicht sie schreien! Was bist du? Hey, 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 quit schreien! Hey, wer hat mich gerade? Ich werde mich daran erinnern. Das könnte in Hand kommen, wenn du nach Halur gehst. Eine Karte? Warte einen Moment. Das hat nur die Räume geschrieben. Was erwartet du? Es ist besser als nichts, weil die Leute die Stadt nicht normalerweise verlassen. Du musst die fehlenden Spiele in deinen eigenen. Also alles. Erstens, du solltest nach Dayton Hall gehen. Was? 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 Rauch der Pfeife. Ich glaube mal. Das ist ein Palmer sequer. Rauch der Pfeife. Wir hoffen, dass wir bald wieder zurückkommen. Die Monster sind leichter zu beat, als ich dachte. Ist das besser als zu sein? Aber ich bin sorry für sie. Du bist so nett. Ich freue mich besonders zu sein. Du bist richtig. Das ist anders aus dem Kastel. Die starken, die starken. Wir werden keine von diesen Monster essen essen. Ich... Ich wundere mich nicht an die Monster essen. Aber ich werde nie vergessen, was ich oder wo ich sie verletze. Ich glaube. Dann, wenn ich zurück in der Kapitel zurück werde, werde ich die Monster machen. Ich... Ich glaube, du kannst das machen. Ich verstehe diese Frau überhaupt nicht. Ich werde das machen. Wir arbeiten zusammen! Wir nehmen das! Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Ich bin nur auf der Kastel. Okay, also das wird, ähm, ich bin so extrem nervig. Diese Gegner werden extrem nervig. We finished them off. I finished them off. Huh? Hey, I learned something. Hmm. Oh, okay. Oh, to the monsters, yeah. Yes, we can do this. Oh. 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 You want revenge? Bring it. I feel power running all through my body. Okay. A map equipment and even money. Your friends are so generous, Yuri. They can afford this. They can barely get by as it is. Well, I'm sure they're worried about you and want you to have a safe journey. It's more likely they're just glad to be rid of a troublemaking kid. That's not true. Guess I can't come back empty-handed now that they've given us all this stuff. Now I gotta bring back the Aquablastia, no matter what. Let's get this over with. Mal gucken her. Mal gucken, was das da vorne ist. Vielleicht können dann zahlreiche... Okay. Einige Zeit werden die Suchmöglichkeit hergestellt, alles klar. Looks like she's in her own little world. Hey, Estelle! Oh, right, sorry, I'm coming. Do they not have Nicknames where she's from? Ja, Estelleis geht auch ein bisschen schwer vom... äh, von der Lippe, würde ich sagen, ne? Ja, komm her, ne, mal mit, dann leveln die anderen und wir auch mal hoch her. So einer rankt mir 300 Schaden, ey, cool. Das ist doch schön, wenn sie sich powerful fühlen. Ist da vorne ein kleines Lager oder so? Wuff. Hm, seid gegrüßt, okay? Hallo. Genau, willkommen, liebe Reisende. Ist das ein Geschäft? Das ist die Herberge zum König der Abenteurer. Herr großer Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Entschuldigung, Karen. Hey. Verzeiht meinen... ...wenn seinen Missmut. Mein Name ist Kevin, das ist Rich. Ich bin in der Gaststätte auf Rädern. Bezieht sich der König der Abenteurer nicht auf etwas anderes? Etwas Bekanteres? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, seine Hoheit Regen, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust zugenannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Regen. Das stimmt. Wir respektieren ihn sehr. Hm. Ein ziemlich guter Name. Seid ihr beiden verheiratet? Verheiratet? Ich? Nehmen wir ja wie ein Ehepaar aus. Oh, ich hatte mich wohl getäuscht. Es tut mir leid. Wenn ihr müde seid, möchtet ihr vielleicht bei uns übernachten? Was wollen wir machen? Oh, es tut mir gut. Klar, wir machen ja. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. Oh, größer Bruder, bitte. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Nein, nein, schon gut. Pennt gut. Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege werden sich irgendwo unterwegs wieder kreuzen. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss. Yuri, ist das alles dein? Ja, er ist mein Partner, Rapid. Oh, schön, dich auch zu treffen. Schön, dich auch zu treffen. Wollt ihr eigentlich verstehen, was Rapid gesagt hat? Nein. Ja, ich glaube, das war eine dumme Frage. Das ist eigentlich was witzig, dass wir eine Weltkarte haben. Das hat man eigentlich bei Chainsaw-Spielen selten. Das ist mehr so ein Final Fantasy-Ding. Ja. Ja. Oder war. Ja. 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 Ich bin ein bisschen acordo. Ja. Ja. Komm herr! ich kann es abbrechen ich möchte dass sie es bekommen sie sind schon ziemlich stark muss man sich von denen nicht einkisteln lässt es wird 100 Jahre bevor man mich Ich habe nie gedacht, dass ich zu Hause so klein wäre bist du entschuldig, dass du die Kapitale hinter dir bist? als ich in der Oberfläche war, war ich zu viel, einfach zu leben, zu leben ich habe nie wirklich gedacht ich glaube, ich fühlte mich an, sich auf eine Abenteuer zu machen ich bin so froh, nur zu sein zu sein Ich habe immer wieder geblieben, um in die Welt zu gehen. Es ist alles gut, aber nicht überraschend. Wir müssen Flynn finden, oder? Ich bin alle auf der gleichen Zeit geblieben. Okay. Ich bin alle auf die Welt. Was hat dich hier folgt? Ich denke. Wir machen unser Bestes, nicht zu stehen. Okay, und ich will mit Flynn so schnell wie ich kann. Okay. Mal sehen, ob wir einfach durch die Hälfte gehen können. Wo ist sie jetzt? Willkommen. Ich habe ein paar schöne Geräte in stocken heute. Diese Bladen wurde von einem anderen als Assam, der Blademaster. Es kommt sogar mit Weapon-Skills. Kein Traveller sollte es ohne sie sein. Probierst du es mal. Huh? Was meinst du? The special techniques contained in Weapons. Diese Techniques wurden von Master zu Pupil, aber der Blademaster Assam benutzt ein speciales Prozess für sie in die Weapons selbst. Bodhi-Blastia kann die Techniken von Weapons imbühten mit dieser Kraft. Mit der Verwendung, Weapon-Arts können dann von der Person mit der Weapon. Meine! Diese junge Frau kennt ihre Sachen. Das ist gut. Ich habe in einem Buch geschrieben, dass die Krittia diese Erfahrung zu Menschen gab. Huh. Ich dachte, Bodhi-Blastia hat dich nur benutzt, Strik und Magik-Arts. In order to find the fighting style that meets your needs, it's best to think carefully about Weapon-Skills when choosing your weapon. There are even Weapons without Weapon-Skills that focus instead on raw attack power. It all depends on your preference. If Weapons you equip have Weapon-Skills sealed inside them, those Weapons-Skills will be stored inside your Bodhi-Blastia when you equip the weapons. If you have a weapon equipped, you can use the Weapons-Skills sealed inside whenever you want. However, if you unequipped that weapon, you'll have to set the Weapons-Skills to be able to use them. Ah, sieh an. Each Weapons-Skill belongs to one of four different categories. When you set a few different skills in a weapon, depending on what category they are, you'll have to set the Weapon-Skills to be able to use them. A particular glyph will appear on the core of your Bodhi-Blastia. So, if you had a bunch of Weapon-Skills for attacking, you'd see a glyph called FLEC. That glyph lets you know the strength of your physical attacks has gone up. Try all of the combinations you can think of to see what they do. I'm afraid the sun would set long before I could explain them all to you. Did you get all that? You learn fast. You should be able to read all about it in that young ladies book. I can imagine business is all that great in a place like this. Don't get me wrong. I'm not here because I want to be. There are monsters on the far side of the hold, so I'm stuck. Monsters, huh? Did you hear that? Hmm. And she's not listening. Huh? Did you say something? I said I'm gonna go get some information, so you wait right there. Oh, I'll come too. That's alright. Go ahead and take it. It's pretty old and it has some pages missing, but it's yours if you like. Thank you very much. Is that book any good? It's fascinating. You can read it as soon as I finish. Okay. 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 Guck mal da. Rückschritt. Oh, so was klingt richtig gut. Okay, also alles davon kann ich gebrauchen, theoretisch. Und ich kann mir auch alles davon leisten. Das ist noch cooler. Aber Fertigkeitsinfo kann ich auch einsehen. Super. Oh, ja. X und zurück im Rücktritt. Oh. Das kann ich gebrauchen. Okay. Ähm. 12 mit würde ich sagen. Ach, 15 geht Maximum. Ah, und das, ich schätze mal, dass ich, das muss sie wahrscheinlich füllen. Also es gibt ja Spiele, das ist in den meisten Spielen so, da muss ich der Balken jetzt für Rückschritt füllen. Und erst dann kann ich ihn noch dauerhaft ausfrüsten. Da gibt's eine Zauberabwehr. Bisschen Schutz. Ach cool, das ändert sich dann auf der Karte auch. Das ist nice. Ja, okay, dann würde ich jetzt an der Stelle hier die Session für heute mal beenden. Weil wir haben 20 vor 4. Äh, vor 3, Entschuldigung. Und ich muss jetzt ein bisschen Bubu machen gehen. Und ich hoffe, euch hat's soweit gefallen. Und ich finde es eigentlich ganz interessant bis jetzt. Die Systeme sind so relativ easy. Äh. Ich lasse mich jetzt einfach von dem einfach mal überraschen, was jetzt so kommt. Äh. Dass es beim ersten Boss direkt Probleme gab. Es nervt mich natürlich ein bisschen. Aber okay. Es ist Tales of. Das kenne ich von den Spielen schon, dass die manchmal richtig biestig sein können. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die nächste Aufnahme im Session. Und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.